Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich heiße euch alle herzlich willkommen, frohe Weihnachten Freunde, frohes Fest und hast du nicht gesehen. All das ganze wünsche ich euch vom Herzen Freunde und Niklas ist heute der Gewinner gewesen. Der hat die 500 V-Bucks gewonnen. Falls ihr in Zukunft mehr dieser Art Content sehen wollt Freunde, dann kommentiert mit eurem Epic Namen. Liked das Video jetzt schon mal, abonniert den Kanal Freunde, aktiviert die Glocke damit ihr nichts verpasst. Und wir spielen heute auf jeden Fall Arena Solo Freunde auf den Wunsch von dem lieben Onkel Dilda. Ihr kennt ihn Freunde, Grüße gehen raus an den Dilda und natürlich auch an euch alle. Let's go Freunde, nach dem Intro das Video schreibt eure Epic Namen rein, wenn ihr in Zukunft was gewinnen wollt. So meine Freunde, die allererste Runde Arena Solo starten wir jetzt. Bruder, ich hoffe Dilda, ich werde hier eine gute Runde spielen. Ich bin noch nicht so gut in der Arena, ich habe aber schon meine 1200 Arena Punkte. Leute, bleibt bis zum Ende dran. Ich hoffe, ihr habt Unterhaltung, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran Freunde. Nehmt euch diese Zeit, schaut das Video bis zum Ende und denkt daran Freunde, meinen Crater Code im Item Shop zu verwenden. Falls ihr keinen Crater Code drin habt, Yt-Muster-Voenka. Ansonsten würde ich sagen, let's go, mal sehen, was wir hier jetzt reißen werden. Einfach rüber, runter. Weiß nicht, wo der ist. Wichtig, da ist aber noch einer. Noch einer ist oben, Freunde. Ja, kommt der jetzt. Boah, sehr wichtig. Boah, sehr wichtig. Orang war noch kein. Boah, sehr wichtig. Boah, ganz gut. Ich bin so ein spot, so hoch alles. Boah, das war sehr, sehr wichtig, Freunde Wo, 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 wo Ey, nein, Digga, Mann Freunde, ich mache noch eine einzige Runde Der Kollege davor hat mich so krass hops genommen So unnummern hops genommen Aber ich glaube, ich habe den ein oder anderen guten Kill auch gemacht Schreibt rein, Freunde, wie ihr das findet bis jetzt Wir werden noch eine einzige Runde spielen, Freunde Und hier, dieses Mal werde ich ein bisschen sicherer spielen Als die Runde davor Ich darf halt in Arena nicht pushen, Freunde Hier ist jeder zweiter gefühlten Pro Player Aber ich glaube, wir haben mit 1200 Arena Punkten angefangen Wir haben schon 1400 jetzt In dieser Runde kriegen wir locker die 1400 200 Arena Punkte drauf gemacht Ist doch, ist das gut? Upgrade, Digga, auf grün Da ist einer Da war einer, Bruder Wie er sich reingeschlechen hat, wie eine Ratte Mich verarschen, du kleiner Spaß, Alter Ach, Mann, Digga Solche Lacker, Digga Solche Lacker Die haben mehr Glück, als die überhaupt Play haben, Digga Lass mich verarschen, Digga Guck mal, wie er abhaut, Digga Einfach Angst, der Typ Da hinten ist er Da hinten ist er Guck mal, der Der kämpft, der Pisser da oben auf den Baum Guck mal, da, da vorne ist er Der ist meine Mission, Digga Wichser, Digga Die ganze Zeit am abhauen, Junge Regt der mich die Aufhalle Stirb, du Hier, Junge Hier Du Lappen Mäme, Digga Stirb, Digga Schmort, Digga In der Hölle Oh, hat das gut getan, Digga Danke, dass du aufredetiert hast Oder jetzt Manchmal ist es besser, wenn man einfach pushen geht, Freunde Okay, ich hab ihn Und jetzt Ja, jetzt haust du ab, ne Jetzt haust du ab, ne Du Du Schlammschl Schließ Schlammschliss Da ist er doch No way Wieso hab ich ihn nicht getroffen, ich Idiot, Digga Egal Egal, wir gehen pushen Ich wollte ja die Action, die Action haben Wie, wieso baut der nicht, Digga Wir können das Ding schlau spielen Oder wir können es einfach reinscheißen, Freunde Und ich versuche das schlau irgendwie zu spielen Wieso hat der abgebrochen? Dummes Spiel, Alter Boah Wie mich vor allem halt aufregt, Alter Er bricht einfach Madkit ab Okay, das war meine Dummheit Egal, egal Oh ja, nice Das war wichtig, Freunde Das war sehr, sehr wichtig Nein, ich treff nix Boah Richtig, Freunde Oh, der schießt, der andere Der schießt auf mich Scheiße Der hat eine gute Position Nein, 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 nein Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen Wenn ihr in Zukunft auch mal V-Bucks gewinnen wollt Einfach eure Epic-Namen jetzt in die Kommentare, Freunde Und liked das Video Kommentiert das Video, Freunde Abonniert den Kanal, falls euch dieses Video gefallen hat Allgemein heute dieses Video gefallen hat Ich habe in Arena meine 1656 Punkte geschafft Wir haben mit 1200 angefangen Wir haben 256 Punkte dazu gemacht, glaube ich Ne, 400 Ah, egal, ich kann nicht rechnen, Freunde Lasst einen Like da Passt auf mich auf Ich küsse eure Herzen Epic-Games-Namen auf jeden Fall in die Kommentare Wenn ihr auch mal gewinnen wollt